Einen wunderschönen guten Tag, ihr wünscht hat was meine Lieben. Alter, ihr habt so einen wilden Fit. Oh, ich hab da Kacke oder so. Spring vor das Gesicht, ey. Hallo. Und wie war die Fahrt her? Gut. Obwohl war ein bisschen sehr staulig, ne? Ich dachte, wer macht so einen Zutaten, bis sie wollen. Ey, wo waren wir als letztes? Luciano. Ne, warte mal, wo war ich? Wo war ich jetzt gerade? Apache. Nein, bei dem anderen hier. Wo war ich denn? Wo war ich gar nicht so einen Gericht und in meinem Raum? Wer hat mir das Wort? Ich bin mir ein Gericht. Ich bin mir ein Gericht. Das ist ja ganz nett. Okay, ich bin mir ein Gericht. Hör ich zullo, ich bin mir ein Gericht. Ich bin mir ein Gericht zu diesem, der Schroding ist. Ich bin mir ein Gericht. Du bist nicht ausgeliehen? cuál ist das, was du zuerst was? Ich bin mir die Gericht. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Der Vlog fängt heute ein bisschen andersrum an, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Wir waren gerade frühstücken, was jetzt noch semi-gut war. Der Käse war süß. Und das Ei hatte diese Löcher. Das waren die gleichen Löcher wie auch für Junge bei diesen Konzernbergsbäckern. Ich weiß nicht, was die Leute da falsch machen. Wir gehen jetzt erst mal schnell zum Auto. Achso, wir müssen noch gucken, ob wir beide Karten abgeben müssen oder nur eine. Ja, ich kann mir auch vorstellen. Ja, ich kann mir auch vorstellen, beide. Fragen einfach mal. Hey. 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 Auf die Platte schieben! Malouchi! Malouchi, mach mal so bei Mare! Malouchi! Malouchi! Jetzt Malouchi! Boah, Malouchi, das geht denn? Das geht ja nicht! Mare, am Samstag? Ja! Ach nee, soll ich das jetzt erzählen? Was denn? Also, am Samstag ist in Berlin die größte Party der Welt! Hä, wo? Auf der Straße! Da sind Riesen-LKWs, Riesen-Boxen haben und Musik spielen und durch die Stadt fahren, wo man hinterherlaufen kann und sowas alles. Jetzt ist meine Frage, Meister Doktor? Nein! Was nennt man nämlich Love Parade? Warum? Soll ich dir das mal zeigen? Das ist jetzt ja! Was? Das ist jetzt ja! Einmal nur! Einmal im Jahr an einem Tag! Warum? Warum? Da feiern sie immer mit Liebe halt! Also... Das ist einfach so schön da, weil die ganzen Leute wieder hingehen! Keiner meckert sich an! Alle haben gute Laune! Das ist ja so schön da! Das ist echt so schön da! Von, sowas am Strand. Das ist ja so schön da! Das ist das äußisch! Ich habe gestern nicht mehr gefilmt, ich weiß gar nicht, wo ich stehen geblieben bin. Wo bin ich denn stehen geblieben? Achso, na doch, ich habe eigentlich noch zu Hause so ein bisschen gefilmt, aber wir haben gestern wirklich gar nichts mehr gemacht. Oh, wie schöne Knöpfe einfach aussehen. Boah, voll hübsch. Fakt ist, ich gehe jetzt schnell einkaufen mit Malu, weil wir nachher noch Besuch bekommen. Aber das seht ihr dann alles in dem Morgenregenvlog, den ich jetzt gleich beginne. Ich wollte mich noch mal ganz kurz verabschieden mit das, was ihr von uns für euch bis morgen um 8 Uhr. Halle, tschüss. Halle, tschüss, machst du winke, winke? Bye.